Die Kirche im Dorf und im Reich Schüler, Studenten, überhaupt die meisten Menschen, die noch keine Profis auf dem Gebiet der Historie sind und es vielleicht gar nicht werden wollen, haben oft mit aufkommendem Unmut, mit Unverständnis zu kämpfen, wenn sie sich aus welchen Gründen auch immer mit mittelalterlicher Geschichte und besonders mit deutscher mittelalterlicher Geschichte beschäftigen müssen oder wollen. Also bitte, was soll das, diese lange Reihe von Königen und Kaisern, sie heißen alle Heinrich oder Otto oder Konrad oder Friedrich, jeder von ihnen zieht nach Italien, ein-, zwei-, dreimal oder noch öfter, wird von einem Papst, der ihn entweder gerufen hat oder den er erst selber einsetzen muss, gekrönt, dann ziehen sie wieder ab, weil sie sich in Italien, aber auch zu Hause in Deutschland mit irgendwelchen Feinden herumschlagen müssen, Dabei wird das Land und besonders das Land westlich der Elbe in immer kleinere Teile aufgespalten. Wenn man einen historischen Atlas anschaut, erkennt man zur Zeit Ottes I. noch die großen Stammesherzogtümer. 200 Jahre später, am Ende der Stauferzeit, sieht die Karte dann aus wie ein unordentlich gewebter Flickenteppich. Warum sind die deutschen Könige nicht zu Hause geblieben? Haben Italien in Ruhe, den Papst Papst sein und die Kirche sich selbst überlassen? Ähnlich, nur in akademischerer Sprache und mit differenzierteren Argumenten, hat im 19. Jahrhundert, in den Jahren zwischen der Revolution von 1848 und Bismarcks Reichsgründung, eine Gruppe von Historikern gefragt, deren bekanntester Heinrich von Sübel war, er lebte von 1817 bis 1895, Professor in Bonn, Marburg, München, Berater des bayerischen Königs Max II., Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Darauf und auf die Auseinandersetzungen mit anderen Historikern, deren führender Kopf der Innsbrucker Professor Julius von Ficker war, wollen wir hier nicht eingehen. Es hängt mit der damals gerade aktuellen Frage zusammen, ob das immer noch in 32 Territorien zersplitterte Deutschland Großdeutsch mit Einschluss Österreichs oder Kleindeutsch, so wie dann von Bismarck verwirklicht, vereinigt werden sollte. Man projizierte also die eigenen Probleme zurück ins Mittelalter. Das ist nicht unbedingt eine streng wissenschaftliche Methode, sicherte den Historikern aber das Interesse eines bürgerlichen Lesepublikums. Aber auch uns stellt sich immer noch die Frage, warum Imperium und Kirche denn so eng miteinander verbunden, man kann sagen, verstrickt waren. Dabei legen wir freilich ebenfalls die Maßstäbe unserer Zeit an, sehen die ferne Vergangenheit aus unserer eigenen Perspektive. Für uns steht fest, ja, es ist geradezu ein Postulat freiheitlicher Moral, dass Religion Privatsache jedes Einzelnen ist. Friedrichs des Großen Ausspruch, dass jeder nach seiner Fasson selig werden solle, ist uns seit mehr als 200 Jahren in Fleisch und Blut übergegangen. Die Kirche? Aber die Kirche gibt es ja schon seit Langem nicht mehr. Es gibt Kirchen verschiedener Konfessionen und Denominationen. Theoretisch kann sich jeder die Kirche aussuchen, die ihm am genehmsten ist, oder es auch ganz lassen. Die Kirchen also sind eine Art eingetragene Vereine. In Deutschland haben sie bestimmte Privilegien, aus Gründen der Tradition, aber auch wegen ihrer sozialen Verdienste. Jedenfalls ist es dem Einzelnen überlassen, inwieweit er von den Angeboten einer Kirche, Glaubenslehre, seelsorgliche Betreuung, Mitgliedschaft und Geborgenheit in einer Gemeinde, existenzieller Rückhalt, soziale Dienste und so weiter, Gebrauch machen will oder auch nicht. Der Staat, meinen wir, soll sich in das religiöse Leben seiner Bürger nicht einmischen. Und die Kirchen sollen sich ihrerseits, wenn es um politische Entscheidungen geht, möglichst zurückhalten. Einem Menschen des Mittelalters wäre unsere Haltung völlig unbegreiflich erschienen, als Wahnsinn, Sünde, Abfall, teuflische Besessenheit. Und dafür hätte er Gründe anführen können, die, jedenfalls für ihn, sehr einleuchtend waren. War der König nicht für das Heil seiner Untertanen verantwortlich, also auch für ihr Seelenheil? In einer Zeit, da wissenschaftliche Kenntnisse und rationales Denken, soweit sie in der Antike schon vorhanden gewesen waren, allenfalls sehr engen Zirkeln zugänglich blieben, hatten die Menschen keine andere Möglichkeit, als die Religion und den Glauben, um einen Sinn ihrer Existenz ausfindig oder vorstellbar zu machen, um Trost, Rückhalt in ihrem harten, mühseligen Leben zu finden, im Angesicht der eigenen Hinfälligkeit, der mannigfachen Bedrohung durch die Kräfte der Natur, aber auch durch eine Gesellschaft, in der materielle Not, Brutalität und Gewalt Gang und Gäbe waren. Schließlich war der Tod allgegenwärtig. Wir haben gesehen, wie früh manchmal auch Mitglieder der führenden Gesellschaftsschicht dahin gehen mussten. Übrigens erwartete man in der Otonenzeit für das Jahrtausend das Kommen des Antichrist und die Apokalypse. Zum Psychotherapeuten konnten die Leute damals nicht gehen, wenn sie solche Ängste verspürten. Der lebensnotwendige Glaube musste von einer dazu befugten, kompetenten Institution vermittelt werden. Denn der gewöhnliche Mensch, aber auch Ritter, Fürsten und Herren, konnten ja nicht schreiben und lesen. Bücher wären für die meisten auch zu teuer und zudem unerreichbar gewesen. Sie waren lateinisch geschrieben, also für die große Mehrheit unverständlich. Gedrucktes gab es noch nicht, ebenso wenig andere Medien, aus denen man sich sein eigenes Weltbild hätte herauslesen können. Die Kirche hatte das Erziehungs- und Informationsmonopol. Sie war, daran glaubte man fest, von Gott eingesetzt und deshalb im Besitz der Wahrheit. Sie hatte die Macht, den Menschen zum Heil, zur Vergebung seiner Sünden, zur Seligkeit zu führen. Mit dem, was sie lehrte, aber vor allem mit ihren Ritualen, der Messe, den Sakramenten, Taufe, Beichte, Eucharistie, Firmung, Ehe, letzte Ölung und mit den Festen des Kirchenjahres. Und natürlich war es die Pflicht der Mächtigen, diese Kirche zu beschützen und zu fördern. Es war auch im Interesse eigenen Seelenheils, die Kirche materiell zu unterstützen, durch Schenkungen von Ländereien, samt der darauf ansässigen, dienstpflichtigen Bevölkerung, Gründung von Klöstern, Übertragung von Rechten und so weiter. Die Mönche mussten dann für die Seelen der Spender beten, die Priester Messen lesen. Dadurch wurde die Kirche, wurden kirchliche Institutionen wie die Bistümer, aber auch viele Klöster reich. Und durch ihren Reichtum gewannen sie wiederum politische Macht. Viele von ihnen machten sich von den Herzogtümern und anderen fürstlichen Territorien unabhängig, unterstanden direkt dem Kaiser, sie waren reichsunmittelbar. So etwa die Bistümer Mainz, Köln und Trier, aber auch Salzburg, Bamberg, Würzburg und andere. Da die Kleriker und Mönche, oder sagen wir vorsichtiger, manche von ihnen, die einzigen Gebildeten in dieser Zeit waren und ihre Energien auch nicht ständig damit vergeuden mussten, gegen andere Fäde zu führen, waren diese Stifte, so nennt man den weltlichen Besitz, der zu einem Bistum oder Kloster gehörte, die Teile des Reiches, in denen es noch am ehesten so etwas wie eine geordnete Verwaltung gab. Das förderte wiederum ihr wirtschaftliches Gedeihen. Im späteren Mittelalter gab es den Spruch, unter dem Krummstab, dem gebogenen Bischofsstab, ist gut wohnen. Geistiges Leben klingt so anspruchsvoll und hochgestochen. Sagen wir so, wenn jemand etwas lernen wollte, lesen und schreiben etwa, wenn er sein Dasein nicht als Bauer mit Plackerei auf dem Feld, als Adeliger nicht mit ewigen Fäden, Kriegszügen, Waffenübungen verbringen und womöglich mit einem unzeitigen Tod beenden wollte, so blieb eigentlich kein anderer Weg, als Kleriker zu werden oder gleich in ein Kloster einzutreten. Klöster waren die einzigen Orte, wo Schule gehalten, Bücher abgeschrieben, Kultur tradiert, Chroniken und Traktate verfasst, gedichtet und musiziert wurde. Übrigens war dieser Weg auch für Frauen gangbar und wurde oft beschritten. Krotz Witt oder in weniger althochdeutsch-knachziger Lautung Roswita von Gandersheim, die erste Dichterin und Dramatikerin auf deutschem Boden, eine Verwandte des ortonischen Kaiserhauses, lebte ebenso im Kloster wie später die großen Mystikerinnen Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg, Katharina von Gebweiler und viele andere. Der König, der Kaiser, hatte also die Kirche zu beschützen, und zwar gegen äußere Feinde, benachbarte Adelige etwa, die Lüstern auf den angesammelten Reichtum schielten und nicht zögerten, etwas davon abzuzwacken, wenn sich Gelegenheit dazu bot, aber auch gegen Gefahren im Inneren. Denn natürlich, wo Reichtum entsteht und große Chancen sich bieten, da sammeln sich auch Leute, die das ausnützen wollen, wobei ihnen die moralischen Bedingungen und Auflagen, die mit solchen Vergünstigungen einhergehen, eher lästig sind. Wir haben schon gesehen, dass sich der römische Stadtadel zeitweise das Recht nahm, den heiligen Stuhl in Insiderkreisen auszukarten, wodurch dann ein Jüngling wie Johannes XII. die Tiara tragen durfte, der die unpriesterliche Neigung zeigte, anderer Leute Ehefrauen zu vernaschen. Das war beileibe kein Einzelfall. Wir wollen jetzt nicht auf den berüchtigten Borgia-Papst Alexander VI. vorgreifen, der das Amt von 1492 bis 1503 führte und seine zahlreichen Nachkommen mit Kardinalschüten, Herzogtümern und anderem weltlichen Besitz versorgte und sie mit Angehörigen europäischer Dynastien verheiratete, der sich anschickte, den Kirchenstaat in ein weltliches Fürstentum für seine Familie umzuwandeln und dem man ein inzestuöses Verhältnis zu seiner Tochter Lucrezia nachsagte. Schon in der Zeit, von der hier bis jetzt die Rede war, hörte und las man zahlreiche Klagen über Zuchtlosigkeit in Klöstern, also darüber, dass man es mit Fasten, Beten und Aschese, aber auch mit der Keuschheit nicht so genau nahm. Später wurde der geile Mönch ein beliebtes Schwankmotiv und im 19. Jahrhundert verkauften sich Bilder von dicken, rot-nasigen Klosterbrüdern, die mit Weingläsern in der Hand vor einem Fass saßen, besonders gut. Von Pfarrern ist die Rede, die kaum Latein konnten, den Text der Messe, die sie lasen, selbst nicht verstanden und überhaupt völlig ungebildet waren, die auf Kosten ihrer Gemeinden schlemmten, bewaffnet daherkamen wie Krieger und auf die Jagd gingen, statt in frommen Büchern zu lesen. Dass sie verheiratet waren, galt damals noch nicht als Fehltritt. Den Zölibat setzte erst Gregor VII. durch, aber davon später. Von Bischöfen erfahren wir, zwei werden uns im nächsten Kapitel begegnen, die macht- und besitzgierig, intrigant und skrupellos waren, sehr viel mehr auf politischen Erfolg bedacht als auf das Seelenheil ihrer Herden. Teilweise hat die Sündhaftigkeit auch ihre schönen Seiten, besonders, wenn man als Nachgeborener die Zeugnisse genießen kann, die sie hinterlassen hat. Du bist min, ich bin dien, des sollt du gewiss sehen. Du bist bis lossen in minem Herzen, verloren ist das Lusselin, du musst immer drinne sehen. Dieses früheste Liebesgedicht in deutscher Zunge und eines der hübschesten wurde vermutlich von einer jungen Klosterfrau geschrieben und ist an einen Mönch gerichtet. Wer es derber mag, wäre nicht schlecht beraten, sich die Vagantenbeichte des Archipoeta vorzunehmen. Dieser Erzpoet war ebenfalls Kleriker, wenn auch möglicherweise ein Verkrachter. Er gehörte zum Gefolge von Kaiser Friedrich Barbarossas Kanzler Reinhard von Dassel, Erzbischof von Köln, der seine Gedichte sehr schätzte. Hier drei Strophen mit dem Versuch einer Übertragung ins Neuhochdeutsche. Und ich fahr die breite Bahn, so wie alle Knaben, die des Lasters ein Gedenk Gott vergessen haben, die sich mehr als an ihr Heil an die Wollust gaben. Ist die Seele hin, so will ich die Haut noch laben. Ach, am allerschwersten ist es, die Natur zu kränken und beim Anblick eines Weibes nicht ans Bett zu denken, seine Wege in die Bahn des Gesetzes lenken und den Adam, wenn er juckt, weise einzuschränken. In der Schenke geh ich einst Brüder vor die Hunde, wo dem Sterbenden der Wein allernächst am Munde. Engelchöre singen dann fröhlich in der Runde, diesem Säufer reicht die Hand, Herr, zum Gnadenbunde. Es ist ja verständlich, jüngere Söhne von Adelshäusern wurden oft ins Kloster geschickt oder es wurde ihnen zu pfründen, kirchlichen Positionen, die mit einem hohen Einkommen verbunden waren, verholfen, etwa im Domkapitel einer Bischofskirche oder bei hohem Adel auf dem Bischofsstuhl selbst. Dort waren sie versorgt und konnten ihren Einfluss auf Besitz und Macht des Stifts zugunsten der Familie geltend machen, deren Besitz und Lehen dann auch nicht geteilt werden mussten. Mit Töchtern, die nicht dynastisch günstig verheiratet werden konnten, verfuhr man entsprechend. Es gab Frauenklöster, die überhaupt nur Damen aus hohem Adel aufnahmen. Nun waren diese Herrschaften meist sehr jung, wenn sie zu Amt und Würden oder ins Kloster kamen, und sie waren an adeligen Hofhaltungen aufgewachsen, unter Menschen also, die gewohnt waren, von der Arbeit anderer, vom Fett des Landes zu leben und das voraussichtlich eher kurze Dasein mit derben, wenig sublimen Vergnügungen zu genießen, soweit das möglich war. Die meisten von ihnen hatte man nicht lange gefragt, ob sie ein geistliches Leben führen wollten oder nicht. Das Interesse der Familie ging vor, dagegen war kein Widerspruch möglich. So nimmt es nicht Wunder, dass viele dieser Mönche, Nonnen und Priester mit den Idealen von Armut, Keuschheit und Gehorsam wenig im Sinn hatten. Nebenbei gesagt, solche Zustände wurden während des ganzen Mittelalters und bis tief in die Neuzeit hinein beklagt und bekämpft. Und doch rissen sie immer wieder ein, solange eben, wie mit kirchlichen Ämtern Reichtum und weltliche Macht verbunden waren. Bekannt ist Luthers Empörung über die Zustände in Rom bei seinem Aufenthalt dort. Wer in München wohnt, kann einen Nachmittagsausflug nach Ismaning unternehmen. Dieser Ort, heute im Speckgürtel der Landeshauptstadt gelegen und Sitz einiger Computerfirmen, gehörte bis zur Säkularisation zum Erzstift Freising, also nicht zum Kurfürstentum Bayern. Der Bischof aber war traditionell immer ein Wittelsbacher Prinz. Einer dieser Bischöfe und Prinzen ließ in Ismaning ein hübsches Rokokoschlösschen mit Park errichten. Heute ist dort ein kleines Museum für moderne Kunst untergebracht, aber ursprünglich war es für die Maitressen des Bischofs gedacht. Er hielt sich immer deren mehrere. Im 18. Jahrhundert war man schon so weit sensibilisiert, dass es untunlich gewesen wäre, die Damen in Freising selbst in der Nachbarschaft der Domkirche unterzubringen. Aber solange sie in Ismaning wohnten, jenseits der Isar, nahm offenkundig niemand Anstoß und der Bischof konnte sich dort regelmäßig entspannen. Der Bischof von Salzburg und der Erzabt von Berchtesgaden hielten es übrigens ähnlich. Aber trotzdem waren solche Zustände ein Skandal. Und es lebten durchaus auch Christen, die ihr Priestertum, ihr Mönchtum, ihre religiöse Sendung, die Verantwortung der Kirche ernst nahmen. Im 10. und 11. Jahrhundert, zu der Zeit also, von der wir oben geredet haben und bald weiterreden werden, formulierte sich zum ersten Mal der Protest, der Ruf nach Reform, zunächst des klösterlichen, dann überhaupt des geistlichen Lebens. Zentren dieses Protestes waren verschiedene Klöster, vor allem in Frankreich und Burgund, später aber auch in Deutschland, Hirsau im Schwarzwald. Das Wichtigste davon war die Benediktinerabtei Cluny in Burgund. Deswegen spricht man von der Clunia-Zensischen Reform. Worum ging es? Zunächst einmal um die Wiederherstellung der Regel des Heiligen Benedikt, also darum, dass Mönche und Nonnen wieder so leben sollten, wie das der Begründer des abendländischen Mönchtums bestimmt hatte, mit Arbeit und Gebet, streng geregelten Tagesablauf, unter der Obhut des Abtes oder der Äbtissim, durchaus nicht weltfremd, aber doch geschieden von der Welt. Jedes Kloster eine große Familie und zugleich ein geistliches, aber auch ein wirtschaftliches Zentrum. Damit dies gelingen konnte, sollten die Klöster möglichst von jedem Einfluss weltlicher macht, also vor allem dem ihrer Stifter und deren Nachkommen befreit, aus dem System des Eigenkirchenrechts herausgelöst werden und sich direkt dem Papst unterstellen. Tatsächlich gelang es, einer Anzahl von Klöstern diese Ziele zu erreichen. Sie traten dann in Verbindung miteinander, eine Kongregation, in der der Abt von Cluny so etwas wie der Primus in der Paris war. Welche Bedeutung dieser Verband hatte, kann man daraus ersehen, dass in Cluny die größte Basilika Europas stand, gewaltiger als die damalige Peterskirche in Rom. Deutsche Könige und Kaiser, der letzte Otone, Heinrich II., die beiden ersten Salier, Konrad II. und Heinrich III., unterstützten diese Reformbestrebungen. Wahrscheinlich aus aufrichtiger Frömmigkeit, aber auch aus politischem Interesse. Solange die Reichskirche ein Machtinstrument der Kaiser war, solange Kaiser und Papst konform gingen und in dieser Partnerschaft der Kaiser dominierte, waren Klöster, in denen Disziplin herrschte und in die örtliche Machthaber nichts hineinzureden hatten, ja ganz in seinem Sinn. Es war diesen Kaisern wohl nicht bewusst, welch zweischneidiges Schwert sie da in die Hand nahmen. Jeder dieser drei Herrscher hatte, als sei das ganz selbstverständlich, während seiner Regierungszeit Päpste eingesetzt. So war das nun einmal seit Otto dem Großen. Wenn man allerdings den Reformgedanken weiterdenkt, dann ergibt sich ganz klar, dass weltliche Macht nicht nur in Klöstern, sondern in der Kirche als Ganzes keinen entscheidenden Einfluss haben durfte, jedenfalls keinen, der sich auf geistliche, auf religiöse Fragen und Entscheidungen auswirkte. In welchen Schritten diese Gedanken entwickelt wurden, wäre ein fesselndes, aber sehr weitläufiges Thema. Hier begnügen wir uns, an zwei zentrale Begriffe zu erinnern, die in der zunächst innerkirchlichen Debatte eine Rolle spielten. Schon in den Konzilien von Chalcedon 451 nach Christus und Nicea 787 hatten sich die Kirchenoberen gegen die Unsitte der Simonie gewandt. Der Ausdruck bezieht sich auf eine Stelle in der Apostelgeschichte. Da aber Simon sah, dass der Geist gegeben ward, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, Gebt mir auch die Macht, dass, wenn ich jemand die Hände auflege, derselbe den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest, mitsamt deinem Gelde, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Teil noch Anrecht an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Simon, von dem es vorher heißt, er habe Zauberei betrieben und vorgegeben, er wäre etwas Großes, will also priesterliche, geistliche Macht gegen Bezahlung erwerben. Und genau so handelten, so war jetzt die These, jene Priester, Bischöfe, Äbte, die nach dem Eigenkirchenrecht von einem weltlichen Machthaber in ihre Ämter eingesetzt wurden und sich dafür durch Geschenke, zum Beispiel den kostbaren Ornat ihrer Vorgänger, erkenntlich zeigten. Zumindest konnte der Eindruck entstehen, dass sie sich damit ihr kirchliches Amt, ihr Priestertum, ihre Macht über menschliche Seelen erkauft hatten. Überhaupt war das ja ein fragwürdiges Verfahren, dass ein Laie, also ein Nicht-zum-Priester-Geweihter, nicht nur Pfarrer, sondern hohe und höchste geistliche Würdenträger, Äbte, Bischöfe, ja sogar den Papst einsetzte oder jedenfalls bestimmenden Einfluss auf ihre Wahl ausübte. Man nannte das Laieninvestitur. Investitur heißt eigentlich Einkleidung. Der Bischof wurde vom Kaiser mit seinem Amtsornat bekleidet und erhielt Ring und Stab überreicht, als Insignien seiner weltlichen und seiner geistlichen Macht. Das Recht, diese Investitur vorzunehmen, hatten die Kaiser seit Otto I. ausgeübt. Und sie hatten es guten Gewissens getan, in dem Bewusstsein, damit die Ordnung in der Kirche aufrecht zu erhalten, die Ordnung im Reich, das sie mithilfe der Kirche und deren geistlicher wie weltlicher Macht zu beherrschen vermochten. Die gottgewollte Ordnung der Welt. Der Gedanke, dass Imperium und Kirche nicht zusammengehören, nicht vereint herrschen sollten, dass sie getrennte Institutionen darstellen könnten, war ihnen noch nicht gekommen. Jetzt aber wurde dieser Gedanke gefasst. Und nicht nur das. Es erhob sich folgerichtig auf die Frage, welcher dieser zwei Mächte der Vorrang zustand. Für einen kirchlich gesinnten Priester konnte es auf diese Frage nur eine Antwort geben. Vielleicht hätte sich der Konflikt lösen lassen, wenn als Repräsentanten von Kaisertum und Kirche nicht zwei Männer aufeinander getroffen wären, die, jeder für sich, gleichermaßen imponierend wie schreckenerregend anmutigen.